Bärmpol von der Holding. Ich wollte mich mal erkundigen, wie die Zahlen sind vom ersten Quartal. Wir haben ja Ihre Filiale so ein bisschen auf dem Kieker, ne? Die Zahlen waren ja verheerend. Ja, glaube ich nicht, aber ich weiß nicht, weil ich die nicht kenne. Ich gebe Ihnen mal einen kleinen Tipp unter vier Augen. Ja, aber nicht heute. Nicht alles verjubeln. Ja. Ich schaue nochmal drüber und dann hören Sie von mir.